Am Bernsdorfer Tiergehege ist am Montag mit dem Bau des Spielplatzes begonnen worden. Was lange währt, wird gut und das hier noch besser, versprach Bürgermeister Harry Habel den Steppgist der Kita Pfiffikus, die zum symbolischen Start dabei waren. Luise und Liam durften zur Feier des Tages einmal ausprobieren, wie es sich so in einer Baggerkanze sitzt. Der Spielplatz kostet insgesamt 120.000 Euro, 60% der Summe sind Fördermittel. Der Tanklagerverein steuert 50.000 Euro und die Firma Buda 3.000 Euro bei. In etwa vier Wochen soll der Spielplatz fertig sein.